einen wunderschönen guten tag meine lieben da draußen herzlich willkommen zu einer neuen folge von der long dark und ihr habt es schon gehört wir haben hunger mein gott wir haben hunger verdurstet okay wir wollen wir wollen bevor wir hier abhauen wollen wir natürlich erstmal trinken essen erstmal nicht wir haben auch schon geschlafen uns geht es soweit ganz gut außer dass wir natürlich hunger haben aber okay wir müssen jetzt mal gucken geht das wetter ist jetzt nicht so schön ich weiß nicht ist es jetzt dunkel also ich habe jetzt zwölf stunden schlafen ich denke das sollte ausreichen damit man eben ausgeruht ist wir müssen gucken dass wir in die richtung gehen kompass gibt es in dem spiel nicht glaube ich ich weiß es nicht habe ich jedenfalls noch nie gehört oder gelesen oder gesehen aber es ist auch wurscht wir kriegen das schon hin wir müssen irgendwie in die richtung so da vorne ist schon wieder schluss da kommen wir dann nach oben was sagten er okay wollte jetzt nur mal gucken einmal da hoch wir gehen da hoch und dann müssen wir irgendwie nach rechts nehmen auf jeden fall mal stöckchen mit denn es könnte sein dass wir eventuell noch mal ein lagerfeuer machen müssen ja wie gesagt ich hatte ich hatte mir ja im internet mal so die map angeschaut beziehungsweise das sind ja mehrere stückchen von so einer map sag ich jetzt mal und da habe ich jetzt einfach mal so geschaut in was für eine richtung wir müssen also ich bin mir nicht zu 100 prozent sicher ob ich hier auch richtig bin in der richtung wo ich hin möchte ich habe mir jetzt natürlich auch nicht alle angeschaut ich wollte natürlich jetzt erstmal nur wissen ja in welcher weil wie gesagt in die andere richtung da sind wir hergekommen also das hat überhaupt keinen sinn diese ganze strecke da wieder zurück so und dann habe ich mir mal wie gesagt so diese karten angeschaut und in dem ibeat wo wir jetzt sind das ist ja riesig das ist ja der wahnsinn wusste ich ja nicht ja das ist der absolute wahnsinn so ok an der stelle kann ich mich jetzt nicht erinnern also hier ist ein häuschen da muss irgendwer liegen und der tote wieder das ist ein seil ok einmal bevor wir bevor wir hier unten rinne hier wann man lasst uns erstmal gucken was der so hat ist das hier oder ist das hier war ja gar nicht das hier gewährpatrone Entschuldigung ok der hat nichts dabei äh da ist ein seil äh komm können wir das benutzen ok ist ja geil Na komm Zieh dich hoch, Mann Du bist Elite-Soldat Du bist nichts anderes gewöhnt Außer Kälte Na, was ist denn da rum? Was? Zur Hölle? Habt ihr das gehört? Hallo? Ich habe Angst Ich habe wirklich Angst Ja Oh, ist jeder in Holz Nice Das ist natürlich Wir müssen das auch irgendwann Dann mal zusehen Dass wir das verbrennen Weil Cedan-Holz Ist auch sehr schwer So, und nun? Achso, ich wollte gerade sagen Ich dachte gerade Das ist ein Stück Sag schon hier Fuß Jetzt ist er mit Sicherheit Noch höher Wo sind wir? Was sagten? Hier fühlte minus 5 Grad Naja, gut Okay 5 Grad Minus Das geht Ja Oh, okay Hier geht es anscheinend Nicht weiter Naja, gut Ich meine Kann ja nie alle die Wesen Seien hier, oder was? Oder etwa doch? Was ist das hier? Okay Ich dachte da wäre Irgendwas rangekritzelt Das wäre natürlich auch Total Geil Sag ich jetzt mal Wenn nicht hier Irgendwie so eine Nachricht nehmen würde Ja, von Irgendwelchen Überlebenden Die auf der Flucht Noch irgendwie Nachrichten für uns Hinterlassen haben Na, gehen wir jetzt Wenn wir springen Springen kann der Typ hier Nicht wahr? Kommen wir hier Kommen wir hier so lang so? Kommen wir hier so lang so? Ne Ich lass es Ich lass es Das hat keinen Sinn Okay, wir gehen runter Also hier scheint Nichts mehr weiter zu geben Ich weiß auch nicht Ob man da höher kommt Aber das sollte Gar kein Problem sein Ach, Kletterseil nehmen Na toll Jetzt haben wir Jetzt haben wir ein Kletterseil Oder können wir das woanders benutzen? Hm Da bist du Kommst doch hier Gar nicht mehr runter Was ist das für ein Quatsch jetzt? Nee, komm Komm Mach das ran Na Wir gehen wieder nach unten Das hat ja keinen Sinn Das ist Schwachsinn Ich wüsste zwar nicht Was das sein soll Jetzt hier Aber okay Wir gehen runter Also nach unten Sollte Ja definitiv Nicht so anstrengend sein Als wie nach oben Das ist ja klar Einfach nur schön Anpacken Schön die Beine fixieren Und dann runterrutschen lassen So Okay Dann gehen wir einfach mal In die Häuserin hier Also ich wüsste Da kommst du nicht weiter hoch Wir gehen dann auf jeden Fall In die Richtung Ach du Scheiße Ein Bär Da kommt ein Bär Tja Uhu Hm Also ich glaube Gegen einen Bär Sind wir komplett Machtlos Komm doch Komm doch Ätsch 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 Läuft der dann schon langsam War Hm Ich meine Das wird sowieso Wieder dunkel Was sagt Zwölf Stunden Tageslicht übrig Achso Die geht gerade erst Uff Okay Ja In der Zeit Wo der Hoffentlich An uns Vorbeiläuft Werden wir Einfach mal Kurz hier rein Schnuppern Und dann lassen wir uns Mal überraschen Was hier drin ist Wir brauchen nämlich Was zu essen Kondensmilch Nehmen wir Eine Kiste Wann mal die Die machen wir Auf jeden Fall mal kaputt So Hier nehme ich auch Eine Orangenlimo Was ist das Schweinefleisch mit Bohnen Schmeckt lecker So Okay Bank Bett Ist hier noch Irgendwie was drunter Nö Gut Wir checken mal kurz Das Inventar Und zwar Würde ich ganz gerne Würde ich ganz gerne Fleisch essen Essen So Ein Stück Lassen wir noch Übrig Das behalten wir Auch noch Weil wir hier Die Diese Kondensmilch Hier Die können wir Ohne essen Denn wir müssen Dadurch gleichzeitig Trinken und Essen Anheben können Genau Prima Sehr schön Sehr schön Okay super Dann würde ich sagen Gehen wir wieder raus Nehmen wir mal wieder raus Ist hier noch irgendwie Was Nö So mal gucken Ob wir jetzt Instant Sterben Oder ob der Eventuell Weiter gelaufen ist Also ich sehe ihn nicht Okay Ey willst du Sag mal Wirst du mich verarschen Der ist schon Wieder müder Was ist denn Das für ein Schwachsinn Ey Ey Ich habe zwölf Stunden Nie schlafen Ist mir Eal Das ist mir So was von Eal Von Eal hier Das ist mir So was von Eal Was ist das Da Laufschuhe Das ist Quatsch Brauchen wir nicht Die lassen wir auch Einfach direkt Hier liegen So Zedernholz Nächstes Mal Wenn wir Feuer machen Erinnert mich mal dran Also Oder Erinnert dich mal Selbst dran Dennis Dass wir Zedernholz benutzen Ja nehmen wir Sehr schön Okay So wir gehen raus Wir gehen einfach weiter Es ist scheißegal Ob er jetzt der Meinung ist Er ist hier todmüde Das ist so was von Egal Wir gehen weiter Wir gehen definitiv weiter Ich weiß nicht Ob wir hier Noch irgendwie nochmal Nach oben kommen Weil Es macht gar keinen Sinn Dass Das Seil Da runter hängt Aber Wir können das denn Oben einsammeln Aber Was war denn Ich meine Kommst du denn Nicht mehr runter Minus zwei Grad Das ist auch in Ordnung Würde ich sagen So und wir gehen dann Nach oben Ich will auf jeden Fall Weiter in diese Richtung Will ich hin Deswegen wir laufen Einfach mal so ein bisschen Können wir nicht Auf den Ast hier Rufnäger Also ich muss Ganz ehrlich sagen So weit Wie jetzt Weit in dem Spiel Noch nie Gewesen Finde ich Total toll Ich habe es auch Mit Sicherheit schon 20.000 Mal Erzählt Aber ich kann es Nur immer wieder Betonen Dass ich das Total Schön finde Hört ihr das da Ich habe doch gerade Ich habe doch gerade Ein Wolf gehört Messer Messer Wo ist das Messer Wo ist das Messer Aktion Ich höre irgendwas Ich höre irgendwas Irgendwas Hör ich Da ist irgendwas Oh Ein Bär Komm Lauf 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 Gib alles Es ist mir scheißegal Mach einfach Laufe Lauf bitte Lauf Lauf bitte Lauf bitte Lauf bitte Lauf Lauf einfach So Und jetzt regt mich um Und er ist weg Er kommt uns nicht hinterher Er kommt uns nicht hinterher Er wird uns hinterher kommen Fick dich alter Fick dich Ich fass es nicht Das war es Der kann mich machen Kann nicht schmacken Hallo Hallo What the fuck, Alter Was ist passiert Blutverlust Wunde behandeln, schnell Komm Infektionswunde behandeln, es ist egal Mach einfach irgendwas Mach irgendwas, bitte Alter Ey Ey Ey, wir müssen abhauen Wir müssen einfach nur abhauen Er hat uns Nicht getötet Ich weiß gerade gar nicht, was passiert ist Ich habe die ganze Zeit nur meinen Mund offen Ihr habt hier Ihr habt es leider nicht gesehen Äh An der Stelle würde vielleicht mal Zeit Für so eine Cam Kamera Keine Ahnung, wie nennt man das da Dashcam Was wir sehen Er hat mich am Arsch, Alter Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Er hat uns in Ruhe gelassen Er hat uns nicht getötet Irgendwas Irgendwas ist auch an den Klamotten kaputt Irgendwas ist kaputt Hose und 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 Kopfsachen sind kaputt Kann man das ohne Wir können das nur zerlegen Scheiße, Alter Scheiße, Scheiße, Scheiße Kann ich dazu nur sagen Wir müssen Zusehen, dass wir jetzt erst mal Ja Also jetzt hast du allen Grund Dich auszuruhen Wir gehen in die Richtung Wir gehen definitiv weiter nach oben Wahnsinn Also ich hab jetzt Ich hab jetzt wirklich gedacht So, okay Das war's Das Spiel ist vorbei Aber anscheinend nicht Wir sind Ich meine, gut Minus neun Grad Es geht Es geht wirklich Wir müssen nur langsam Wirklich zusehen Dass wir Eventuell Irgendwie Nochmal irgendwo schlafen Oder so Ich weiß es nicht Keine Ahnung Bin grad voll Überfragt Wahnsinn Wahnsinn Das Vieh Kommt uns aber nicht hinterher Ey, dass wir das überlebt haben Ich weiß nicht Woran es liegt Aber wir haben es überlebt Wir haben einen Bären Angriff überlebt Ja Das ist hier Wie in dem einen Film Hier mit Leonardo Di Cabrio Wo er ausgezeichnet Also wo er endlich mal Ein Oscar gekriegt hat Ja, wo er auch noch schön Den Mittelfinger gezeigt hat Ich weiß nicht, ob wir den Film kennen Ah, ich komm grad nicht Drauf Auf den Namen Aber ihr wisst, welchen Film Ich meine Und der Das ist ja Ja, der Film basiert ja Auf einer wahren Begebenheit Ich hab ja da mal so ein bisschen Äh Da läuft was Da läuft was Ja, wir sind nicht Machen wir hier erstmal Schluss Machen wir hier Pause Machen wir hier eine Pause Pass auf Wir machen den anders Wir gehen safe Und zwar irgendwo hier Es ist mir scheißegal Wir gehen einfach hier irgendwo hin Wir packen hier Den 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 Schlafsack hin Und dann legen wir uns hin Scheiß drauf Wir müssen sowieso zum Ende kommen Meine Lieben Ich bin total Äh Durcheinander Bin wirklich total durcheinander Weil damit hätte ich nicht gerechnet Also generell hätte ich nicht damit gerechnet Dass wir diesen Angriff überleben Wir genießen diese Aussicht Wir werden sehen, wie die nächste Folge weitergeht Ich weiß es selber noch nicht so wirklich Ähm Ich bedanke mich auf jeden Fall Recht herzlich für Zuschauer Meine Lieben Lasst mir einen Kommentar da Ja Lasst mir einen Daumen nach oben da Ein Abo Und vor allem Bleibt gesund Passt auf euch auf Ja Nicht, dass euch das gleiche passiert Wie uns jetzt hier gerade eben Und Ja Ich bedanke mich recht herzlich Es war mir eine Ehre für euch Spielen zu dürfen Und dann meine Lieben Bis später